Hallo liebe Hundefreunde, ihr habt ja bestimmt schon von unserem Hunderennen gehört. Ich habe mich heute mit Steffen und Candy zu einem Zusatztraining genau für dieses Hunderennen getroffen. Und wir mussten feststellen, Candy ist angemeldet, hochmotiviert und vor allem in Top-Form. Auf jeden Fall freut sie sich auf viele Mitstreiter und wir verlosen unter allen Teilnehmern, die sich bis zum Samstag, den 26.09. verbindlich angemeldet haben und unsere Veranstaltung auf Facebook teilen, ein Beo. Also Leute, fleißig teilen und vor allem vergesst nicht, euch anzumelden. So Freunde, wir freuen uns auf euch und nicht vergessen, Seite liken, Veranstaltungen teilen und zum Rennen anmelden. Und Beo gewinnen. Erzählt es zu euren Freunden und lasst uns gemeinsam einen schönen Tag haben. Wenn auch ihr schon fleißig am Üben seid, postet doch einfach mal ein Video von euch und eurem Hund beim Training. Bis dann, euer Lars. Bis dann, aus. Bis dann, weil, was design ist. Schnell spannend. Untertitelung des ZDF, 2020